Rechts, links, runter, runter, genau. Sehr schön. Ah, da kommt noch jemand optimal. Sehr schön. So, die Arme da gibt es ein bisschen Koordination. Ganz leicht. Cool, oder? Ganz einfach. So, sind wir noch mal die Arme seitlich. Okay, einfach wieder auf und runter. Ich gehe die ganze Zeit auf und runter. Schaut mir nur zu, was ich jetzt mache. Wir machen einen neuen Schritt. Einfach nur treten. Eins, zwei, drei, zurück. Eins, zwei, drei, alle. Eins, zwei, drei, zurück. Mit rechts. Eins, zwei, drei, zurück. Eins, zwei, drei, zurück. Um, vamos. Jetzt, ready. Vielen Dank.